Liebe Parteifreunde, ich habe heute Morgen schon eine Rede gehalten, da sind schon viele Sachen drin. Dann gibt es den Antrag 701, Liberal braucht Mut. Da steht alles drin, was ich zu sagen hätte. Europa, föderales Europa, ordnungsgemäße Abstimmungen hier, wenn man Anträge reinbringt, Gemeinwohl und die soziale Frage. Bitte wählen Sie mich, ich will die Zeit nicht in Anspruch nehmen.